so ihr lieben mal eine neue server vorstellung weil vorschlag bekommen und hast du nicht gesehen und zwar von astra lc als alc genau so gestoppten dann also wenn ich das spiel runterladen wollte und es macht spaß euch natürlich oder ihr wollt das spiel wie gesagt ist eine server vorstellung zwar auch mal so kleine quest mal schnell und dann gehen wir mal nach juno und gucken mal so werden die quest nicht angezeigt also ja stimmt das ist wie das alte lc ja das finde ich eigentlich immer cool dass man hier starten dort das finde ich ja wie gesagt ist nur eine kleine vorstellung wird vielleicht so 10 war ja nicht eigentlich ach hier ach hier war die windmühle windmühle ja genau auch hier wo die ja ja gesagt ist so und so fort lange nicht mehr wo man dann halt hier starten suchen uns mal schnell mal gucken auf morgen meister finden und ich nicht so also 1 ich bin gerade auf channel 1 ja gut machen wir schnell das noch fünf reikeln und dann gucken wir mal nach juno was da so in juno abgeht genau machen wir schnell die fünf rehe und guck mal nach juno eben alles mit achte mal und dann gucken wir mal was so in juno abgeht wie gesagt ich habe den jetzt gerade runtergeladen weil wurde mir empfohlen und da würde ich mal schnell eine vorstellung machen die muss so kennt ne so und wenn es klappt dann kommt heute noch eine server vorstellung raus muss man gucken muss man gucken ob ich das zeitlich hinbekommen so beginnt das hier ab abgeschlossen wir nehmen die question an nehmen aber schließen machen wir noch nicht fertig machen wir uns nach juno und guck mal was da so abgeht so ist mochmo gesagt vielleicht kommt heute noch eine zweite vorstellung ich weiß es noch nicht weil das erstmal den server runterladen ich hatte zwar noch eine dritte vorstellung aber auf die homepage komme ich da nicht das ist eben das ist immer das da muss man groß machen das würde ja ja ich verstehe im betag können wir jetzt nicht öffnen also müsste ich jetzt noch mal umstellen die auflösung auf groß machen im betag öffnen zurecht drücken und wird auch klein machen also kennt das spiel kennt ja ja guck mal was so in juno abgeht ich wisse jetzt gar nicht die daten leute aber wenn ihr bock habt hinter ja mal selbst gucken aber ich habe mir die daten nicht aufgeschrieben gerade doch eben einerseits vorbereiten muss alles normalerweise heiko vorbereitung ist alles so juno angekommen das juno finde ich eigentlich mit am schönsten finde ich echt mit am schönsten so was haben wir denn hier welchen astra zu behör aber da kaufen ach hier leute guckt ja er will zeug was aber künstlich leute ok das sind die die ruhen hier sind künstlicher als ja die absorb tränke und die linie eine milliarden eine milliarde kühle bis abends sind wieder günstig ok gut ist auch da schon mal bescheid so gibt es noch etwas schönes hier wir laufen bloß mal ein bisschen juno rum und guck mal was schönes gibt vielleicht gefällt euch das hofer also ich werde den eventuell auch mal anspielen also hier das ist es normal also wie gesagt dass das juno ist eben was wir eigentlich mit am schönsten gefällt ihr könnt auch sagen ja nee und hast du nicht gesehen aber wie es fällt am meisten am besten mit so jammer natürlich unsere der jahr ihren teleporter halt kommen wir überall hin ruckelt es ein bisschen naja aber klar das ist aber auch bei lcg also also das ist hier gleich geblieben ist eigentlich alles gleich geblieben hier ist der phoenix master dahinten die bundstein statur also hier hat sich nichts verändert eigentlich alles gleich da hier dort ihr trainer und follow hier und da ist poly hier zum plusen stelle zu keine ist nicht ob wir hier keine rüstung oder so also hier so cover mäßig eine ahnung also hier ist auch alles gleich so wie es aussieht weil ich hier ist der marktschreie also hier ist auch alles gleich geblieben hat auch nicht verändert ihr könnt ihr mal auf den server drauf gucken ach jetzt habe ich hier nicht gespeichert und ich bin noch mal aus so wechseln die video beschreibung also wie gesagt der server ist dann halt in der video beschreibung und ich mir gleich noch mal auf dem schirm ob das wenn ich das video fertig habe also hier ist auch alles gleich ne gut ich dachte eigentlich hier gibt es noch warte mal wir müssen mal bei manchen surfern ist das halt stehen die hier immer na gut so cash mäßig also online cash ist auf der homepage stand jetzt zeit nicht aber so die cash preise kann man damit leben also so wie ich es gelesen habe geht zeit das online cash nicht geht auch geht gut das soll es eigentlich auch schon wieder gewesen sein wie gesagt wenn ihr wollt dann mache ich auch mal ein längeres video oder live stream drüber und ja ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen lc doch einen schönen samstag natürlich und wie gesagt im shot genau und screenshot von händler und wie gesagt war rein wenn du spaß dran habt weiß jetzt also ich bin jetzt auf channel 1 hier ist keiner ja mal gucken wie er sagt ihr könnt ja reinschreiben in die kommentare ob ihr live stream darüber sehen oder häufig ins videos machen soll könnt ihr entscheiden wie gesagt schönen tag noch und tschüss